so würde ich mal sagen neues spiel die leiten erst zwei wir haben ja den ersten teil schon gespielt mit mit six die habe ich noch da hinten als als kleine figur stehen noch mal nicht immer gespannt mal denn da ist eine schweinchen die dann in der gegend rumfliegen oder es ist dreck auf meinem bildschirm okay es ist dreck der hier rumfliegt ich auf mein bildschirm so okay hi ein kleiner fernseh junkie oder was ich habe ein eine box auf dem kopf und okay okay ich kann nach vorne und nach hinten und nach rechts und nach links und mich rumdrehen im kreis was ist das ist hier schwindelig wenn ich das zu viel mache oder was moment bin mal noch mal aus wenn ich mich jetzt hier im kreis drehe in dem wird nicht schwindelig okay bringen gut dann gibt es auch sowas wie schnell laufen ja gibt es okay oh hi hallo was für eine taste da sind keine tasten oh warte doch hier schleichen gut noch mehr schleichen kann ich mich auch hinlegen verstecken gut ich glaube ich habe alles warte ähm oh okay da unten sind ich oh ja das hat ja schon mal sehr gut gelaufen das hat ja schon mal sehr gut funktioniert okay dann probieren wir es nochmal mit anlauf ne nicht so äh wie war nochmal das war schnell rennen und hui easy sehr gut das hat funktioniert und jetzt haben wir hier eine ein gitter up 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 rt ah ah okay so und dann da rein gut grundlegende steuerung verstanden hoffe ich frage ist ob ich es mir merken kann oh äh einziehen wir haben einen Schuh gefunden äh okay da hängen sehr viele Leichen ähm Schuhe kann ich werfen kann ich da dran springen die Frage ist möchte ich da dran springen ich glaube nicht das mag ich nicht aber oh okay das sieht gefährlich aus ist das sinnvoll okay sterben kann ich nicht also sieht zumindest so aus dass ich denke ich mal mal hier da ist eine Falle ähm ha okay das hat geklappt und das hat auch funktioniert gut es sind so so die Kleinigkeiten über die man sich freut wenn man dann tatsächlich Dinge schafft ähm kannst du da auch hoch ja kann ich sehr gut cool da 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 hier ist oh 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 äh x x x x x x x renn 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 ist das X zum rennen Oh mein Gott Kann ich hier hoch klettern Also mein größtes Problem wird darin bestehen, die richtigen Tasten auf dem Controller zu treffen. X ist links. X ist links. X ist links. Okay, vielleicht ist da das Seil muss doch irgendeinen Sinn haben. Sieht schwer danach aus. Habe ich eine Winde? Oh. Okay. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich rüberschwingen müssen. Die Frage ist, wie kann ich da hochklettern? Kann ich da hochklettern? Weil es sieht... Hm. Hallo? Hm. Ach, warte. Kann ich hier... Ah. Vielleicht kann ich hier hinten rein. Ah. Oh, ja. Ja. Das ist viel mehr 3D als gedacht. Okay. So. Seil. Wie? Äh. Oh. Okay. Irgendwie muss ich noch greifen. Das heißt, ich muss jetzt 3 Knöpfe gleichzeitig drücken? Bist du eher Playstation-Controller gewohnt? Ja, schon. Das Problem ist, wenn ich hier einen Xbox-Controller habe, ups, hier Xbox-Controller habe und einen Playstation-Controller und einen Switch-Controller. Also, Switch-Controller, ja, das sind auch die Tasten anders. Da ist links Y, oben X, rechts A, unten B. Beim Playstation-Controller haben wir sowieso die ganzen Symbole, da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist halt dann so, okay, Moment, wo ist X? X, Y, A, B. Die sind bei der Switch halt einfach komplett anders. So, das war Rufen. Ich weiß halt nicht mehr, was das Greifen war. Das war Springen. X war Rennen. Aber was war Greifen? Achso, R2 war Greifen, richtig. Ähm. Springen, Greifen. Ja. Das war sehr knapp. So, dann. Okay. Das heißt, ich muss mich jetzt sputen, darüber zu kommen. Ha. Geschafft. Ah. Das sind halt die Problematiken zwischen... Äh. Öh. Oh. Warte. Mit Anlauf. Springen. Oh. Nee. Das war nix. Ich bin tot. Nein. Nicht genug Anlauf. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. So. Anlauf. Ja. Autsch. Okay. Ah. Vielleicht sollte ich auch einfach links das Seil runterklettern. Wie wär's damit? Nicht da? Oh. Oh. Okay. Ich glaub jetzt nicht, dass das so die Intention war, aber scheinbar hat es dann doch geklappt. Cool. Jum. Okay. Ich hab gleich alles beigebracht hier. Ähm. Oh. Oh. Was bist du? Nee. 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 Was war da im Schleim? Da hat's doch geklitzert. Ähm. Ach. Jesus. Okay. 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 Ah. Richtig. Dankeschön für den Tipp. Ähm. Ich nehm hier den Schock. Und. Ha. Ha. Ist ein Schuh gefangen. Ah. Ähm. Ich möchte hier hoch. Okay. Ich mag's jetzt schon. Ich mag's jetzt schon. Oh. Äh. Warte. Kann ich dann wieder? No. Okay. Ich muss noch lernen, wie ich runterkletter. Das ist ne Bärenfalle. Ich glaub, da darf ich nicht reintappen. Sieht schwer danach aus, ja. Okay. Äh. Stock. Kann ich mit dem Stock dann... Oh. 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 Das war ja einfach. Ähm. Ich hab noch einen Stock. Kann ich mit dem Stock noch irgendwas machen? Das war Intuition. Puh. Ah. Ups. Ähm. Ah. Warte. Kann ich? Halt. Nein. Bleib hier. Holy. Ähm. Möchtest du vielleicht bitte noch so einen aufheben? Danke. Ähm. Kann ich noch einen hier vorne hinschmeißen? Da ist nichts mehr. Okay. Ähm. Ja, 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 ja waren ja die Menschen, die Bösen. So was zumindest bei Little Nightmare 1. Weil ich da dann voll zum Vampir mutiert bin oder so. Ich habe ja dann die kleinen Zwerge gegessen, obwohl ich die eigentlich gar nicht essen wollte, weil die waren voll cute. Oh, warte. Klettern. Ja, lecker. Ich kann mich hier wieder verstecken und so. Machst du bitte die Tür auf? Wow. Okay. Oh. Oh. Das klingt doch schön. Schön horrormäßig. Hallo. Hey. Ähm. Bob. Ähm. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Immer aufzusch... Oh. Oh, warte. Oh. Komm. Du schaffst es. Komm. Nehmen. Oh, nein. Okay. Das dann nicht. Ähm. Kann ich das hier nehmen? Nicht in die Richtung. Bitte. Ha. Offensichtlich nicht. Hm. Warte, kann ich da vielleicht hochkraxeln? Nein. Nein, 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 nein. Hier hoch. Nein. Und ich muss da gerade kurz was machen. Ähm. Ah, vielleicht geht es hier weiter. Vielleicht finde ich da noch irgendwas. Oh. Guck mal, da ist eine Axt. Ähm. Oh, yeah. So. Ich nehme an, du bist Six. Ich rette dich jetzt. Mit... Ah, 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 ah. Mit der... Überhaupt nicht brutalen Axt. Uah. Bam. Nicht erschrecken. So. Hallo. Hey. Keine Angst. Nein. Was? Ähm. Nein, bleib doch da. Hm. Bleib doch hier. Mensch. Oh, oh. Oh. Ah, lalalalalalala. Ach, das sieht ja eklig aus. Okay. Was, 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 was passiert hier? Ähm. Autsch. Ich kann dir helfen? Ja, ja, ja. Hi. Und... So. Siehste? Ich konnte dir helfen. Ähm. Lass uns gehen. Was tickt denn hier alles rum? Wollen wir zusammen? Ah, okay. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Weil ich sehe, es kommen, dass, wenn ich jetzt hier runterspringe, ist da irgendwo... Okay, ich habe hier... Ah, schau mal, da oben ist ein Schlüssel. Das heißt, ich muss hier irgendwas reinstecken. Kann ich hier hinten lang? Nein. Dankeschön. Ah, das ist ja cool. Äh. Okay. Ich kann hier runterlaufen. Da ist ein Zahnrad. Duckt unten durch. Oh. Oh. Kann ich dich einfach nehmen? Oh. Okay. Arme ist ab. Ist nur eine Puppe. Alles gut. Sehr schön. Ich möchte hier unten durch. hoch. Ähm. Darf ich da durch? Danke. Wie. Ach, du machst das schon automatisch. Das ist ja praktisch. Dankeschön. Ah, oh. Ich soll mich da dranhängen? Sehe ich das richtig? Okay. Ähm. Dann. Springen. Oh. Ah, doch. Hat funktioniert. Juhu. Das ist ja knuff. Was? Hat der den Schlüssel jetzt weggepü... Moment. Jetzt habe ich einmal nicht hingeschaut. Ah. Okay. Ähm. Ah. Ich kann die... Kiste aufmachen. Dann können wir da hochspringen. Kommst du? Sehr brav. Weil hier unten. Richtig. Ja, wie gesagt. Ich habe einmal nicht hingeschaut. Und dann... Ähm. Habe ich nicht gesehen, wo der Schlüssel ist. Weil sie überlegt es mal. Die sind so winzig. So winzig wie ein Hut. Und wie klein der Schlüssel sein muss. Puppenhausmäßig. Ha. Oh. Okay. Vielleicht doch nicht so klein. Komme ich hier hin? Achso. Ich sollte vielleicht die Kiste bewegen. Kann ich die schieben? Können wir die zu zweit schieben? Okay. Geht nicht weiter. Können wir die hier? Ähm. Ah ja. Okay. Das funktioniert. Hier. Keiner. Autsch. Das hört sich... ungesund an. Ich kann die bei der Hand nehmen. Schau mal. Ich kann die bei der Hand nehmen. Ach. Wie knuffig ist das denn? Oh. Okay. Schleichen. Okay. Der Typ gefällt mir nicht. Mama Mia. No, 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 no. Ähm. Kann ich hier raus? Äh. Äh. Nichts mehr raus hier. Lauf. 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 Die Macaroni. What? Der Schießt mit der Schrotflinte auf mich. lauf oh jesus lauf spring ist die nicht da uff nope 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 wow ähm hello hi sonny chaos hi was willst du zum handgreifen oh mein gott ja ich halte deine hand gehen wir zusammen hinchen haltend in den tod ähm da ist ein vogel wenn ich den vogel wenn ich den vogel jetzt noo no 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 ne gut headshot einen wunderschönen guten tag hi gib mir deine hand ähm kann ich schleichen kann ich an dem vogel vorbeisch oh mein gott das ist sowas von 3d das ist das war bei No, 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 no. Ich bin nicht da. Oh, Jesus. No? Oh, Gott. Händchen halten durchs Gras. No? No, 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 no. Muss ich da hinten in das Loch rein? Ich glaube fast, hä? Ah, shit! No! Tschüss! Vielleicht hätte ich ein bisschen schneller laufen müssen. Ist das nicht, oder? Geduld? Okay, komm her. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Hand? Dankeschön. Das ist so knuffig. Nope. Nicht da. Ich verstecke mich hinter einem Grashalm. Oh mein Gott. Okay. So, also... Der strahlt mich gleich nochmal an, der Strahlemann? Nope. So, warte. Wenn ich jetzt... Okay, ich muss geduldig sein. Ich und Geduld. Du siehst mich nicht. Ich habe mich hinter einem Grashalm versteckt. Okay, jetzt. Lauf! 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 Lauf doch! Da rein! Okay. Ähm, tschüss. Tschüss. Okay, ähm... Komm ich hier... Okay. Ah. So. Okay, das war knapp. Boah, das ist... Das ist so gut. Das macht richtig Laune. Ganz kurz. So. Ausquetschen hier. Ich denke, das ist Six. Ich habe die Vermutung, das ist Six. Und die wird garantiert noch nachher ihren Regenmantel bekommen. Vielleicht ist das der Prolog von Little Nightmares. Nicht darüber. Hm. Ach, warte mal. Es sieht aus, als könnte ich da ziehen. Und du kannst dann jetzt rüberspringen. Was machst du dann? Möchtest du mir irgendwie helfen? Hey? Okay. Ich habe gerade das Gefühl, das erinnert mich irgendwie... Das erinnert mich gerade an A Way Out. Komm! Komm! Ich fange dich! Okay. Let's... Go! Sehr geil. Oh Mann. Okay. Hat funktioniert. Bin stolz auf dich.